Ein Ford Transit ist hier zum Verkauf angeboten. Drei Personen haben in diesem großen weißen dreitürigen Transporter Platz. Der Transporter besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Bordcomputer, elektrische Fensterheber, ABS, und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 125 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 8,5 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 26.870 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Differenz Bester Differenz mother